Wie rolle ich eine Lichterkette zusammen? Heute braucht ihr eine Lichterkette und einen Karton oder einen Kleiderbügel. An einer Seite befestigen und nur noch darum aufrollen. Fertig. Seit ihr jetzt habt ihr es für nächstes Jahr einfacher. Beim Abrollen findet ihr den Buchstaben und gebt das Wort am Tag 24 in die Kommentare. Und seid dabei. Viel Erfolg.